...einen Moment das Gefühl geben, gemocht zu werden. Erholen Sie sich bei Zeltlagern in den schönen mitteldeutschen Wäldern und nehmen Sie teil an alten germanischen Bräuchen wie Sonnenwendfeiern oder Ausländerklatschen. Hier sind Sie unter Gleichgesinnten. Und wenn Sie Lust haben, holen Sie in Abendkursen Ihren Hauptschulabschluss nach. Also da kann ich nur sagen, buchen Sie jetzt, Kamerad.